Yo, Leute, was geht? Ich habe den Account von Leontien heimlich genommen und schaut mal, was ich gerade spiele, Brawl Stars. Ey, ihr dürft ihnen nicht sagen, dass ich jetzt hier den Short hochlade, aber wir öffnen jetzt den Star-Drop. Komm, gönnt, gönnt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das hier gönnt. Gönnt, gönnt, gönnt. Ah, Star-Power. Mist. Komm noch ein. Komm, können wir den doch öffnen? Nein, erst in 23 Stunden. Leute, abonniert jetzt den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und macht die 100k bei ihm voll. Aber pssst, nicht sagen, dass ich das hier gemacht habe. Das ist ein Daumen nach oben.